Vorsicht! Sie erleben nun eine echte Katastrophensendung. Nicht so eine übliche Strecke, ich will sie aber einfach fahren, um so ein bisschen so, das ist jetzt auch nicht zu lang oder so und deswegen ja, ich würde sagen, wir legen jetzt direkt mal los und wählen unseren Bus aus. Also wir haben hier unsere beiden Busse von MAN, einmal den Coach 2ND Gen oder Gen und dann haben wir einmal den MAN Lions Coach C2ND Gen, keine Ahnung, also beide, die haben wir, dann haben wir noch einen CMC, dann haben wir einmal den, den Comfort Class, den, den, die Grafik Packer hat ein bisschen, deswegen egal, den und dann den, der ist richtig lang, ich würde sagen, wir nehmen mal so einen etwas kleineren hier, hier der Neo Plan, das ist eine kleine Überraschung, wahrscheinlich kennen die meisten von euch schon, aber den werden wir auch noch mal in den nächsten Folgen spielen, das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool, aber ich würde sagen, dann klicken wir mal jetzt auf Spiel starten und fahren eine gemütliche Strecke von Frankfurt nach Heidelberg. So, jetzt haben wir unseren schönen Flixbus stehen in voller Pracht und ich würde sagen, wir öffnen mal hier die Vordertür. So, ich habe schon ein bisschen öfters jetzt den Flixbus Simulator gespielt und gezockt. Wir müssen einmal die Zielanzeige aktivieren. Nur, was ich immer verkacke, ist die Klimaanlage einzusteigen. Ich weiß nicht, wie es geht. So, ich kann hier nicht irgendwie so. Die Klimaanlage funktioniert bei mir irgendwie einfach nicht, ich habe keine Ahnung. Dann würde ich sagen, geben wir mal Gas und fahren mal zum Frankfurter Flughafen. Ganz kurz vorab, ich werde jetzt hier nicht so ernst spielen, bedeutet, ich werde jetzt nicht darauf achten, dass ich bloß jede Verkehrsregel beachten. Ich werde schon versuchen, an Rundenabend stehen zu bleiben und so und möglichst keine Crashs zu machen. Danke. Aber ansonsten, naja, wir nehmen das hier alles locker, ne? Hm, hm. So viel zum Thema, keine Crashs. Okay, nach links blinken. Das war deine falsche Entscheidung. Nein, ich muss nach rechts. Oh no, jetzt freue ich mich hier. Und möglichst keine Crashs zu machen. Nicht bestanden. Sorry. Platz machen. Yo. Reiter. Bam, bam, zack, zack. Digga. Hallo. Kennzeichen notiert. Das gibt eine saftige Anzeige. Da stehen sie wie die Deppen vom Dienst. Da sind, da ist mein Klientel. Alles so deutsche Malitoris. So, welche Leute kenne ich. Jetzt gar auch. So, einmal aufmachen. Mahlzeit. Könnte ich bitte ein Ticket bei Ihnen kaufen? Moin. Ja, klar können wir das. Mhm. Na, Heidelberg klingt schon mal vernünftig. Hä, hab ich doch. Ich bin gespannt, dass ich Heidelberg ausgewählt habe. Heidelberg. Kontrollieren. Danke schön. Hi. Fahren Sie in meine Richtung? Tue ich. Ciao. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Hallo erstmal. Ja, Sie sind hier richtig. Jetzt. Schau. So. Ja, ja. Durch. Ja. Okay. Ja. Ja. Ja, natürlich mache ich. Ja, tue ich. Tue ich. Servus. Ich hoffe, ich bin hier. Tue ich. Hier ist mein Ticket. Ja, selbstverständlich fahre ich in die Richtung. Hallo. Sie wollen bestimmt mein Ticket. Servus. Das Ticket. Bitte schön. Servus. Okay. Viel Spaß. Ja. Schon klar. Gut. Alle haben eingecheckt. Tür zu. So. Meine Damen und Herren. Herzlich willkommen bei Flixbus. Mein Name ist Nils. Oder ehrlich gesagt, mein Mast. Abonniert mich auf YouTube. Das Ganze ist wichtig, damit ich auch mal die 430 auf den Händen knacken. Ich hoffe, im Moment ziemlich lange schon auf 425 rum. Deswegen wäre es sehr lieb, wenn ich vorbeischauen würde. Ansonsten, ich wünsche euch eine angenehme Fahrt. Die Klimaanlage kriege ich nicht an. Versuchen Sie mal auf einer normalen Standardtastatur mit G in eine Klimaanlage anzustalten. Ist schwierig. Der Rest erklärt sich von selber. Ich habe keinen Führerschein. Mehr müssen Sie nicht wissen. Los geht's. Was ich weiß, ist, dass man mit I, O und U das WLAN freigibt. Das WC freischaltet. Und was machen wir noch? Ach ja, dass diese Licht freischaltet. Ohhhh. Alles klar. So. Abfahrt aus Frankfurt. Und los nach Heidelberg. Wuh. Ich muss mal ein bisschen langsamer fahren bei der Auffahrt. So, jetzt habe ich Gas gegeben. Let's go. Oh, da werden die 100 geknackt. Ich will raus. Hallo, Kollege. Ijo, bremst halt ab. Jetzt muss ich auf dem Standtreifen fahren. Ja, schade. Moin. Gib doch Gas, Minion. Die sind auf der Autobahn. Du kannst meinetwegen auch 120 fahren. Das juckt hier keinen. Och, komm. Ich kenne Taxifahrer, die besser fahren als sie. Dann nimm dir doch ein Taxi. Aha, alles klar. Entschuldigung. Achtung. Ist alles hier seine Richtigkeit. Egal was du glaubst, da zu tun, ich glaube nicht. Oh mein Gott. Können Sie es etwas kühler machen? Scheiße, Jungs. Jo. Und rechts hoch. Wuh. Wieso ist hier 80? ich okay interessant jetzt reicht es mir ich stehe auf wer ist hier schon wieder am kaffee trinken ich sag's nur noch mal im bus wird nicht getrunken ist es klar ist es klar im bus wird nicht getrunken okay ist okay ist okay ist okay ist ganz kurz habt auch ihr so wieder auf kurs wir fahren bei bremsen 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 tschuldigung keiner gesehen so und wir biegen nach links ab schön weiter wendeweg so gut nur 15 kilometer sind wir schon am busbahnhof von heidelberg angekommen und ist wieder langsamer fahren wenn ihr mein freundes guten sicherheitsabstandes wette gleich war das wieder so eine ganz ganz miese kurve kann es sein dass du dumm bist oder sowas wir sind endlich doch ich muss nur noch eine kurve fahren also eine so eine riesen kurve wie ein kreis es ist ein kreis junge fahr zu mach mal schneller warum bremst du in der kurve ab knallt gleich so was von hinten drauf oh man ob sie bevor ich jetzt diese kack türen aufmache sag ich euch jetzt noch mal was in meine so ich entlasse euch jetzt alle tschüss schönen tag noch so wir sehen uns pecker hier denke ich auch noch aufmachen ja gut ihr habt ihr gepäck schon escape auslocken so ja das haben wir das richtig gemacht der service war wieder mit zehn von zehn wir waren beide nicht überpünktlich egal sachschäden haben wir acht unfälle acht ja herr geht fahrverhalten geschwindigkeitsnummer 95 prozent auf der straße gefahren 86,4 prozent mensch bin ich stolz sicherheitsabstand nicht eingehalten finden freundes gut sicherheitsabstandes sind elf mal völlig okay fragen sich ob die geschichte wahr ist ich muss sie enttäuschen sie liegen daneben sie ist frei erfunden so das war's jetzt aber auch schon mit diesem video wenn ihr das gerne mal einen daumen nach oben da abonniere meinen kanal und aktiviert die glocke ich hoffe es hat euch gefallen wenn ihr das gerne mal einen daumen nach oben da dann würde ich sagen sehen wir uns jetzt beim nächsten video wieder bis dann euer meinungser mm ciao ciao